Hier ist Silence und heute live mit dabei CEG, hallo Genau, CEG und ja, wir machen jetzt eine Quest und es nervt mich schon richtig, denn das ist jetzt der vierte Versuch Der vierte Versuch Der vierte Versuch für diese Quest Zweimal voll Fail, einmal die Datei völlig zerstört und ja Danke zu meinem PC, dass er genau abgestürzt ist Ja genau, sein PC hat einen Bluescreen gebracht, wie toll Oh ja, und für die, die es nicht wissen, Bluescreen heißt, alles kaputt Und es war auch alles kaputt Ah, fick dich, fick dich Ja, geil Besserer Stall Scheiße Nicht Nicht, genau Die beiden sind auf Fast Jump, oder? Ja Er ist schon Rage Und er ist schon auf dem Boden, würde ich Ihnen sagen Äh Achtung Achtung Der weiß ist nicht mehr Raged Verdammt, sagt er mich echt Dreckiger Kämpfer Das war jetzt mal ein echter Flash Fail Flash Bomb Fail Oh, verdammt Komm schon, dreht euch Oh, was schaust du dumm nach oben? Hier Frisch die Nein Nein, das darf doch nicht sein Mein Gott Flaschen, Flaschen, Flaschen Geflasht? Ja Achtung 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 Silence Achtung Ah, scheiße Scheiße Nein Look at this Flash Bomb Doppelflash Yeah, das war jetzt aber eine coole Flash Party Ja, halt die Fresse Bam Es verwirrt Schon ist er verwirrt oder auf die Beine Nein, nein, es verwirrt Bam Schon frisst das hier Ich würde mal sagen, wir machen gut damage bis jetzt Das war nicht ab Und du kannst gleich Und Flash Damn Nein, wieso hast du nicht geflasht? Nein, verdammt Ach du Oh, merci Super I've saved your life and died Verdammte Scheiße Das wäre jetzt echt schlecht Das war echt schlecht Das war nicht schlecht Das war gerade nicht schlecht Nein Seht ihr Leute Also bei diesem Quest Fählen wir schon ein bisschen Und äh, ja Ich würde sagen Wir fehlen nicht nur Wir Epic Fählen Oh Und das wird jetzt auch gleich ein Fail Das weiß ich Weil das war scheiße Aktion Oh, er schaut zu mir Er schaut zu mir Natürlich, er rennt durch den anderen Monoblos Achtung Scheiß weiß Monoblos Ja, wenn er sich umdreht Achtung Er vergräbt sich wieder Komm schon, du weiße Achtung Er kommt zu dir Oh, verdammt Nein Mein Gott Waffen schärfen Ach, komm schon Du Scheißvieh Mach was Das stresst abartig So, jetzt hättest du mal die Klappe Jetzt ist der andere wieder angefleicht Ja Das ist doch nervig, Mann Hier, komm Warum, warum Warum ist er echt flescht? Oh, Epic Fail Komm hoch Achtung Der andere Monoblos Nein Toll, du Scheiß-Nigger Ich hasse dieses Vieh Oh, mein Gott Ist jetzt gleich ein Lebenspulver Das ist ein Lebenspulver Sehr gut Flashing Bam Ja, klar, klar Hatten wir alle einfach mal die Klappe So, wir sind für fünf Minuten Der einte Der normale dürfte langsam sterben Nein Scheiß, ich brauche Leben Viel Leben Viel Leben Viel Leben Ungefallen Achtung, der Weiße, der Weiße, der Weiße, beide wieder underage Achtung Achtung, Achtung Der Weiße kommt Und er nervt Wenn Sie jetzt zu uns schauen Okay, der Weiße ist geblitzt Auf der Normale Weißt du was, ich glaube, deine Rüstung ist ein bisschen scheiße Meine Rüstung? Ja Warum? Weiß ich das Oder du bist scheiße Du kannst die Wahl haben Nicht überlassen Die Wahl für die Rüstung Also Hast du nie Die kannst du die Schuld Ich hab 5154 Deathpunkte Der nervt doch das Fies Das ist nicht wirklich viel Aber das liegt voll am Helm Und dann Die beiden Kärnertau-Uteile Oh Scheiß, du hast zwei Uteile, Mann Achtung Ja, dass mir das Leben gerettet Wie toll Du hast zwei Uteile Nein, eins Das ist trotzdem scheiße Oh mein Gott Ja, ich weiß Dafür sind die Skills gut Ja, toll Die Skills hab ich auch Ja, aber du Ich krieg keine Rattelose Seelenschuppen Und deswegen Kann ich mir deine Rüste nicht machen Oh mein Gott Komm schon, nervt nicht Ja, klar Hey Das war jetzt ein epischer Teleport Das war ein epischer Gamefehler Das war ein epischer Gamefehler Krieg mir nicht geblickt Nein Nein Oh, stirb doch einfach Achtung, der weiße Monoblos Scheiß drauf Achtung, er kommt Achtung Achtung Hey Nein Nein Wenn nicht dieses Vieh Welches soll dann das verschissenste Vieh sein? Oh, ich schwör's Oh, verdammt Schau dass er, dass du ihm blitzt Oh Mann, der weiße kommt Nein, verdammt, was war das für ein Fail Scheiße Ah Scheiße Ah Waffe schärfen Waffe schärfen Waffe schärfen Waffe schärfen Waffe schärfen Waffe schärfen Blitz endlich 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 Super Das Video geht schon 8 Minuten Der ist das immer noch nicht tot Also das könnte jetzt mal echt was werden Ja, er ist K.O. Stirb jetzt einfach Komm So, jetzt musst du verrecken Komm Nehmen wir noch nicht Mein Gott, wie viel hält der aus? Tod Ja, endlich 8 Minuten 45 Achtung, der weiße kommt gleich Jetzt können wir uns in Ruhe um den letzten kümmern Der hat doppelt so viel Leben hat wie der andere Das stimmt glaube ich nicht Aber fast Nein, der hat nicht doppelt so viel Komm schon Also dort hinten steht dann mal ne Schock Ja jetzt Jetzt mal das war ein bisschen schade Bäm 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 Falle um, komm schon Okay Rage Okay Leute Ich glaube wir machen eine ganz kurze Pause Damit das zweite Video auch die richtige Länge hat Also bis gleich Leute Bis zum Bis zum Bis zum